Nun, älter bei Witz, heitere Lade, die tosten Schwenke, List und Ebermut. Nicht sei zu arg, wenn's dazu diene, die Männer unerbarmen zu bestrafen. Das ist ein Volk, so schlecht sind sie, dass man sie gar genug nicht quälen kann. Vor allem jener dicker Schlemmer, der uns verführen will, er soll es büßen. Doch wenn ihr kommt, wen wird ich mich benehmen müssen? Was wird ich sagen? Halt, ich weiß es schon. Herr Führer, warum stellt ihr so die Tuge in so einem Karate wie nach? Warum? Warum? Herr Führer, denn früher sollte ich nicht verzeih'n. Nein, 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 mein Zorn, müsst eure Strafe sein, müsst eure Strafe sein. Je Tag des Weibesherz ist schwach, ist schwach. Er klug, so rührte wie nach einem Kain. Er soll es, mein Herz wird weich. Nicht mehr kann ich grasam sein. Und ich gesteh es, Schamrott, euch ein. Und ich gesteh es, Schamrott, euch ein. Mein Ritter, mein Ritter. Ach, ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Er wird mir glauben. Verstehen kann ich mich verwahr. Ein künnes Werkstück ist es zwar. Allein den Spaß da hat sich schon erlauben. Den Spaß da hat man sich schon erlauben. Allein den Spaß da hat sich schon erlauben. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Weit nur von Liebe und trage das Herz, weit nur von Trau und Liebe das Herz. Ja, ah, 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 ah. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020